Willkommen zum Webinar Profi Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Heute sprechen wir zum ersten Mal über ein technisches Thema und zwar, was bedeutet gute Tonqualität? Und damit du das auch praktisch gut nachvollziehen kannst, habe ich einige Hörbeispiele mitgebracht. Viel Spaß beim Zuhören. Ein Tipp vorweg schon mal. Ich würde dir raten, diese Folge nach Möglichkeit mit Kopfhörern anzuhören. Wenn du gute Kopfhörer hast, natürlich die besseren nehmen, aber es reichen auch ein paar Smartphone-Kopfhörer oder auch wenn du eine gute Stereoanlage hast. Einfach so, dass du eine gute Abhörsituation hast, damit du die Unterschiede auch deutlich hörst. Ich habe nämlich für diesen Podcast einige Hörbeispiele vorbereitet, um mal zu zeigen, was ist jetzt zum Beispiel der Unterschied klanglich zwischen einem Headset-Mikrofon und einem Webcam-Mikrofon und das hörst du natürlich auch, wenn du über normale PC-Lautsprecher oder über Laptop-Lautsprecher abhörst. Aber der Unterschied ist einfach noch viel krasser, wenn du halt über einen Kopfhörer hörst. Was bedeutet gute Audioqualität? Du hast sicherlich schon oft gehört, wenn jemand gesagt hat, gute Voraussetzungen für ein Webinar, für einen guten Videocall, für einen guten Podcast, für ein gutes Video. Das ist eine gute Audioqualität. Der Ton muss gut sein und du musst gut zu verstehen sein und dann hast du bestimmt innerlich genickt und dir gedacht, naja klar, das ist ja logisch, guter Ton, ganz wichtig. Und dann stellst du dir plötzlich die Frage, was meint er oder sie denn jetzt mit gutem Ton? Also welche Kriterien gelten denn da und woran merke ich jetzt, ob ich wirklich einen guten Ton habe oder nicht? Ja, da gibt es gewisse Kriterien, nach denen man das beurteilen kann und ich möchte jetzt damit erst einmal anfangen, dir ein paar Kriterien zu nennen, wenn man davon spricht, dass die Tonqualität zumindest bei einer Sprachaufnahme gut ist. Das Allerwichtigste, weil wenn du ein Video aufnimmst, wenn du einen Podcast aufnimmst, wenn du ein Webinar abhältst, da geht es immer darum, dass du Informationen transportieren möchtest und daher ist eigentlich das wichtigste Kriterium überhaupt die sogenannte Sprachverständlichkeit. Unter dem Begriff Sprachverständlichkeit, da kann man mehrere Dinge zusammenfassen. Damit sagt man einfach grundsätzlich, kann ich die Person, die hier auf der Aufnahme oder auf der Live-Übertragung zu hören ist, gut verstehen oder wird es für mich total anstrengend zuzuhören? Muss ich mich zu sehr konzentrieren? Denn Letzteres hat einen ganz großen Nachteil, je mehr sich deine Zuhörer oder Zuschauer, Zuschauerinnen auf deine Sprache konzentrieren müssen, weil sie es nicht gut verstehen können, also nicht fachlich, sondern einfach nur wirklich von der Tonqualität, desto eher schalten sie innerlich unterbewusst ab, sind genervt und haben dann auch irgendwann keine Lust mehr. Also wenn sie jetzt unbedingt am Webinar teilnehmen müssen, dann bleiben sie zwar dabei, aber hören nicht mehr richtig zu. Wenn es eine freiwillige Teilnahme ist, dann kann es schnell passieren, dass dir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf einmal flöten gehen. Von daher, das ist so das Wichtigste und unter diese Sprachverständlichkeit, da fallen halt gewisse Aspekte. Fangen wir mal ganz vorne an und zwar mit der Lautstärke, also dem Unterschied zwischen leisen und lauten Passagen. Ich habe das jetzt mal ein bisschen übertrieben. Du hast es sicherlich am Klang meiner Stimme schon gehört, dass ich erst leise und dann laut gesprochen habe, aber letztendlich an der Lautstärke, wie du es abgehört hast, hast du keinen Unterschied gemerkt. Und das liegt ganz einfach daran, dass ich natürlich meine Aufnahmen professionell nachbearbeite. Das heißt, egal wie ich mich jetzt zum Mikrofon bewege, der Klang verändert sich jetzt zwar, also ich bewege jetzt die ganze Zeit meinen Kopf, aber die Lautstärke verändert sich nicht. Und das kriegt man über einen sogenannten Effekt, einen sogenannten Kompressionseffekt, Kompressor genannt, hin. Das haben auch viele Programme in der Audiobearbeitung integriert. Zoom beispielsweise hat das als Videokonferenz-Tool auch integriert, also die sogenannte Lautstärkenanpassung. Daher ist es auch immer ganz wichtig, dass du möglichst nah am Mikrofon bist. Also ich sitze jetzt hier in meinem Studio und habe circa, wenn es hoch kommt, zehn Zentimeter Abstand zum Mikrofon. Denn dann klingt die Stimme auch am wärmsten und am angenehmsten. Womit wir dann nämlich auch zum nächsten Kriterium kommen, nämlich der Raumanteil. Also wie direkt hörst du die Stimme und wie viel Raum hörst du? Hier jetzt in meinem Tonstudio, da habe ich natürlich eine nahezu perfekte Raumakustik mit vielen Absorber-Modulen. Das klingt ja sehr, sehr akustisch trocken. Aber selbst wenn ich jetzt mal weggehe, und das mache ich jetzt mal, ich bin jetzt circa einen halben Meter vom Mikrofon weg und jetzt bin ich einen Meter vom Mikrofon weg. Jetzt stehe ich mal auf und gehe noch weiter weg. Jetzt bin ich circa zwei Meter vom Mikrofon weg. Und du merkst, die Sprachverständlichkeit wird immer schlechter. Du musst dich mehr darauf konzentrieren, auf das, was ich sage. Ich bin nicht mehr so deutlich und gut zu hören. Natürlich auch viel, viel leiser. Jetzt ziehe ich mal den Stuhl wieder ran. So, jetzt bin ich wieder meine zehn Zentimeter vom Mikrofon entfernt, aber auch einfach nur eine Verdoppelung des Abstands. Also jetzt zehn Zentimeter und jetzt bin ich 20 Zentimeter entfernt. Der Klang der Stimme verändert sich. Es klingt ein bisschen dünner. Man hört jetzt auch deutlicher, dass ich in einem Raum sitze. Und das sorgt halt auch dafür, dass es ein bisschen schwieriger ist, mir inhaltlich zu folgen, weil du als Zuhörerin, als Zuhörer dich einfach mehr konzentrieren musst. Ein nächstes Kriterium, ein nächster Punkt, das ist das Rauschen. Alle elektronischen Geräte, die ein Audiosignal verarbeiten, bearbeiten, speichern, was auch immer. Völlig wurscht. Alles, was in der Audio-Technik existiert, hat ein gewisses Rauschen. Das lässt sich nicht ändern. Das ist in der Digitaltechnik, also alles, was im Rechner passiert, nicht so. Aber das Mikrofon, mit dem du aufnimmst, das ist ein sogenanntes analoges Gerät. Sprich, das ist ja außerhalb des Rechners und du sprichst in das Mikrofon. Wenn du jetzt ein Podcast-Mikrofon hast mit einem USB-Anschluss, dann wird in deinem Podcast-Mikrofon deine Stimme digitalisiert und über den USB-Anschluss als digitales Signal, als Datenstrom quasi in den Rechner gegeben. Aber alles, was vor der Digitalisierung ist, das ist analog. Das sind analoge Bauteile. Das ist halt Technik und die rauscht. Das ist die eine Sache. Also da haben wir schon mal einen riesengroßen Unterschied zwischen dem 25-Euro-No-Name-Mikrofon von Amazon oder wenn du halt von einer etwas etablierteren Marke für 150 oder 200 Euro ein Podcast-Mikrofon kaufst. Also das macht wirklich einen deutlichen Unterschied im Grundrauschen. Noch viel eklatanter ist das bei den Ansteck-Mikrofonen, bei den sogenannten Lavalier-Mikrofonen. Diese billigen USB-Lavalier-Mikrofone für 20, 25 Euro, die es natürlich reihenweise bei Versandhändlern gibt. Die haben im Verhältnis zu hochwertigen ein riesiges, also ein wahnsinniges hohes Grundrauschen. Ich habe da teilweise schon Modelle gehört, da dachte ich mir, hören die das nicht, weil das Rauschen ist ja fast genauso laut wie die Stimme. Also damit wäre ich sehr vorsichtig. Da kann man auch mal Glück haben, dass es nicht so krass ist. Aber da ist ein viel deutlicheres Grundrauschen, als wenn ich jetzt beispielsweise ein Lavalier-Mikrofon von der Firma Rode oder noch viel besser Sennheiser oder DPA und ähnliches nehme. Allerdings kosten die dann auch ab 150 bis 600 Euro aufwärts nur das Mikrofon. Das heißt jetzt nicht, dass du dir solch ein Mikrofon kaufen musst, aber einfach um mal zu zeigen, dass mit dem steigenden Preis nicht nur die klangliche Qualität sich verändert, sondern vor allen Dingen auch aufgrund der Qualität der Bauteile, die natürlich viel, viel hochwertiger sind, auch das Rauschen viel, viel niedriger ist. Ein anderer Punkt, der gerne vergessen wird, das ist das Rauschen außenrum. Also was ist hier das Rauschen von meiner Kleidung. Ich reibe jetzt mal so ein bisschen mit den Armen am Körper. Ich habe hier einen ganz normalen Fleece-Pullover an. Sobald du Kleidung trägst, die von sich aus ein bisschen knistert und rauscht, also gerade so mit Kunstfasern drin oder teilweise auch Anzüge, die rauschen und knistern, wenn man sich bewegt. Und das ist auf der Aufnahme natürlich auch drauf. Das stört jetzt nicht übermäßig, wenn man die Bewegung auch sieht, aber wenn es zu laut ist, dann solltest du dir überlegen, vielleicht andere Kleidung zu tragen. Und last but not least, einer der stärksten Rauschquellen, das ist häufig der Computer. Gerade wenn du mit einem Laptop arbeitest und bei dem Laptop läuft die ganze Zeit der Lüfter, weil das Laptop halt an seiner Leistungsgrenze ist. Das passiert schnell mal bei Zoom. Gerne bei etwas älteren Laptops, weil Zoom unheimlich viel Rechenleistung für gerade die älteren Laptops verbraucht und reserviert. Dann hast du die ganze Zeit den Lüfter im Hintergrund. Bei Zoom oder anderen Videokonferenz-Tools ist es nicht ganz so schlimm, weil die fast alle eine sogenannte Rauschunterdrückung eingebaut haben. Aber wenn du jetzt ein Video aufnimmst und das solltest du tunlichst nicht mit Zoom machen, weil einfach die Videoqualität der Aufnahmen bei Zoom wirklich ziemlich schlecht ist. Also da gibt es deutlich bessere Wege. Wenn du beispielsweise mit einer Kamera aufnimmst oder mit deinem Smartphone, dann hast du natürlich solche Nebengeräusche auch mit drauf. Also schau bei Aufnahmen für Podcasts oder für Videos oder Webinare, dass du alle Schallquellen bzw. alle Rauschquellen im Raum irgendwie wegbringst oder weit vom Mikrofon entfernst. Ja, ein weiterer Aspekt, der ganz wichtig ist, das ist die Verzerrung, also die Übersteuerung. Und zwar macht sich das dadurch bemerkbar, dass bei lauten Passagen der Ton anfängt zu klirren, zu knistern, zu krachen, sagt man auch zum Teil. Und das deutet darauf hin, dass der Pegel, also die Lautstärke deines Mikrofonsignals bei der Aufnahme zu hoch eingestellt wurde. Dann wird das Signal nämlich übersteuert. Wenn du dir darunter nichts vorstellen kannst, ist nicht schlimm. Gleich bringe ich dazu auch passende Hörbeispiele. Also fassen wir zusammen. Gute Sprachverständlichkeit und gute Audioqualität hat sehr viel mit ganz einfachen technischen Aspekten zu tun. Also nochmal das Erste ist gleichbleibende Lautstärke. Also dass die Lautstärke deines Signals sich nicht so sehr verändert. Und natürlich auch eine gleichbleibend hohe Lautstärke. Dass jemand, wenn jetzt zum Beispiel einen Podcast von dir anhören möchte und vorher Musik aus dem Radio gehört hat, bei deinem Podcast nicht voll die Lautstärke im Auto aufdrehen muss, damit du überhaupt was hört. Denn dann fallen ihm die Ohren ab, wenn er wieder aufs Radio umschaltet. Wie gesagt, dafür gibt es Effekte in vielen Programmen, die man da für Podcasts oder auch für die Videobearbeitung nutzen kann. Da sind solche Audioeffekte mit drin, die das automatisch machen. Bei Zoom oder anderen Videokonferenztools greift da auch die automatische Mikrofonregelung ein. Das ist gleiche. Also immer wenn du leiser sprichst, dann pegelt Zoom das Mikrofon ein bisschen lauter, damit halt die Sprache von dir nicht zu große Lautstärkenschwankung hat. Also wie gesagt, Punkt 1 gleichmäßige Lautstärke. Punkt 2 kein zu hoher Raumanteil. Sei schön nah am Mikrofon dran. Deshalb ist es zum Beispiel bei Webinaren auch nicht so praktisch, wenn du mit einem Podcast-Mikrofon arbeitest. Das ist grundsätzlich sehr gut. Aber wenn du das Podcast-Mikrofon irgendwo auf dem Tisch stehen hast. Also Podcast-Mikrofon. Großes Lob, wenn du eins benutzt bei deinen Webinaren. Aber schau, dass es möglichst nah an deinem Mund dran ist. Ich rede jetzt nicht davon, dass es im Bild hängend vor deinem Mund kleben muss. Aber du kannst es ja auch von der Seite auf den Mund ausrichten, dass man nur einen Teil des Mikrofons sieht und du so 20 Zentimeter Abstand hast. Oder eine andere Möglichkeit, was dann das Arbeiten aber ein bisschen unpraktischer macht, ist, wenn du das Mikrofon einfach vor dir, genau vor dich auf den Tisch stellst und so ausrichtest, dass es auf deinen Mund zeigt. Ganz wichtig dabei, guck im Handbuch des Mikrofons, von wo aus du in das Mikrofon sprechen musst. Da gibt es nämlich große Unterschiede zwischen den verschiedenen Typen. Und die Seite, wo man reinspricht, die muss natürlich auf deinen Mund zeigen. Nächster Punkt nochmal. Kein hörbares Rauschen und als letztes keine Verzerrung. Das sind die Grundkriterien für guten Ton. Wie bekommt man das hin, habe ich jetzt schon zum Teil gesagt. Bei der gleichmäßigen Lautstärke geht es halt auch über das sogenannte Einpegeln. Das heißt, du hast häufig, wenn du ein Podcast-Mikrofon benutzt, dann gibt es da häufig keine Möglichkeit, direkt was am Mikrofon einzustellen. Manche Hersteller haben nur noch eine kleine Software dazu. Ansonsten stellt man das in der Webinar-Software ein, also mit welcher Lautstärke da jetzt das Mikrofon aufnehmen soll. Wenn du jetzt mit deinem Smartphone beispielsweise ein Video aufnehmen möchtest, dann kannst du in der Aufnahmesoftware für das Video auch die Lautstärke des Mikrofons einstellen. Guck, dass bei lautgesprochenen Passagen diese Aussteuerungsanzeige, also dieser bunte Balken, der damit zappelt, der meistens im unteren Bereich grün ist, dann rot-orange wird und oben rot ist, dass der sich bei lauten Passagen im orangenen Bereich befindet. Das bedeutet, das Signal ist laut und gut. Aber wenn es weitergeht in den roten Bereich, dann kommen wir zu dem, was wir auch verhindern möchten, nämlich die Verzerrung, die Übersteuerung. So viel zum theoretischen Input. Aber jetzt möchte ich dir das Ganze auch nochmal praktisch veranschaulichen anhand von ein paar Hörbeispielen. Fangen wir an mit der Lautstärke. Ich drehe jetzt an meinem Mikrofonvorverstärker, also das ist das Gerät, mit dem ich mein Mikrofon hier im Studio einrichte, drehe ich jetzt mal die Lautstärke runter. So, jetzt kannst du mich gerade so hören wahrscheinlich, aber jetzt habe ich zu niedrig eingepägt. Jetzt könnte ich schreien und laut reden, aber trotzdem würdest du mich nicht gut verstehen. Also muss ich jetzt ein bisschen hochpegeln, damit man mich besser hört. Ich habe das Signal jetzt hochgepegelt. Hochgepegelt heißt einfach den Lautstärkenregler aufgedreht vom Mikrofon. Aber ich habe jetzt noch was gemacht und zwar habe ich in meinem Gerät hier, mit dem ich das Mikrofon an den Computer anschließe, schon einen Kompressor, der die Lautstärkenschwankungen ausgleicht, mit eingebaut und auch aktiviert. Den habe ich jetzt deaktiviert. Das heißt, wenn ich jetzt ein Stück vom Mikrofon weggehe, von der zur Seite gehe, dann wird meine Stimme auch automatisch leiser. Also ich spreche jetzt eigentlich die ganze Zeit gleich. Ich bewege mich nur von links nach rechts und dann merkst du, wie die Stimme ein bisschen leiser wird, wenn ich zur Seite gehe. Und genau das Gleiche, wenn ich jetzt nach hinten gehe beim Mikrofon, dann wird meine Stimme auch leiser. Und wenn ich rangehe, dann wird die Stimme deutlich lauter. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Wie gesagt, Zoom und Co., die gleichen das schon mal ein bisschen aus. Ansonsten bei Audioaufnahmen, wie zum Beispiel bei einem Video, da ist das ganz normal, weil wenn du ein Lavaliermikrofon benutzt, was jetzt am Kragen oder vielleicht an der Knopfleiste deines Hemdes angebracht ist und du bewegst den Kopf zur Seite, weil du was zeigen möchtest, dann entfernt sich dein Mund ja auch vom Mikrofon. Und das wäre am besten dann auszugleichen später, wenn du das Video schneidest und die Videoschnittsoftware da diesen Kompressoreffekt eingebaut hat. Als nächstes, Hörbeispiel, schauen wir uns mal die Übersteuerung, die Verzerrung an. Und dafür drehe ich jetzt den Lautstärkenregler meines Mikrofonvorverstärkers so weit hoch, bis es übersteuert. Und zwar klingt es dann so, das ist jetzt extrem übersteuert. Das hört man ja sofort, dass es zu viel ist. Fies ist eher sowas, dass bei leisem Sprechen es noch okay ist und wenn man dann lauter spricht, es plötzlich übersteuert. Nochmal. Jetzt mal. Also es ist am Anfang, wenn ich leise spreche, okay. Aber ach, schaut mal hier und da. Also wenn man etwas präsentiert, dann neigt man dazu, lauter zu sprechen und dann übersteuert es plötzlich. Also so sollte es natürlich nicht sein. Ja und jetzt kommen wir mal zum Thema Rauschen. Wie man halt Rauschen wegbekommt, das ist nochmal eine ganz spezielle Sache. Da gibt es extra Programme für. Oder wie gesagt, Zoom und Co. haben das ja auch eingebaut. Aber ich möchte einfach mal zeigen, wie es klingt mit so viel Rauschen drauf. Jetzt habe ich mir meinen Laptop mal mitgenommen, habe da gerade eine ganz große Videodatei in der Kompression, dass sie kleiner gerechnet wird. Also fährt automatisch der Lüfter total hoch, wie das auch schnell bei Zoom passiert. Und jetzt hole ich das Laptop mal ans Mikrofon. Das ist jetzt so 20 Zentimeter vom Mikrofon entfernt und ich habe die Rauschunterdrückung in der Nachbearbeitung meiner Stimme ausgeschaltet. Also wenn du jetzt mal hinhörst, das ist jetzt das Rauschen vom Laptop im Vergleich zu meiner Stimme. Auch ohne Laptop, ich stelle das mal grad zur Seite. Auch ohne Laptop hörst du jetzt deutlich mehr Rauschen, denn die gesamte Audio-Technik, die ich hier drin im Studio habe, die hat so ein gewisses Grundrauschen. Mein Mikrofon vor Verstärken und natürlich auch der Computer, den ich hier im Studio stehen habe, hat auch ein gewisses Rauschen, was er erzeugt durch die Lüfter. Und weil ich jetzt die Rauschunterdrückung, die ich normalerweise wie gesagt aktiviert habe, das ist eine spezielle Software, um halt das Rauschen rauszurechnen und bei dieser Aufnahme nicht anwende, hörst du jetzt einmal, wie viel Rauschen da normalerweise drauf ist. Und das hier ist, jetzt außer das Laptop, was man im Hintergrund mal ein bisschen hört, das hier ist hochwertige Studiotechnik. Das ist ein Mikrofon für 1000 Euro. Ein Mikrofon vor Verstärker, der 600-700 Euro kostet, ein Audio-Interface noch für 2500 Euro. Das ist schon professionelle Technik. Günstige Mikrofone rauschen viel, viel stärker, wenn man sie im Endeffekt im Pegel, also die Aufnahmen, die man über die Mikrofone macht, im Pegel in der Lautstärke so hoch zieht, wie ich das jetzt hier bei der Aufnahme gemacht habe. Denn der Kompressor, der natürlich die ganze Zeit auf meiner Stimme ist, um die Lautstärkenschwankungen auszugleichen, den habe ich natürlich angelassen. Und der macht, wenn ich leise spreche, die leisen Passagen lauter. Und wenn ich laut spreche, macht er die lauten Passagen leiser, damit alles grundsätzlich auf einem gleichen Lautstärkenniveau bleibt. Ja, und zu guter Letzt, jetzt schalte ich nochmal den Kompressor aus. Und jetzt zeige ich nochmal ohne Kompression, weil der Kompressor, wie gesagt, der gleicht die Lautstärkenschwankungen aus. Wenn ich jetzt vom Mikrofon weggehe, um zu zeigen, wie es klingt mit viel Raumanteil, dann zieht er das Signal hoch. Insofern verfälsche ich das ein bisschen. Den habe ich jetzt ausgeschaltet. Also jetzt die unbearbeitete Aufnahme. Und ich gehe jetzt vom Mikrofon weg. Ich bin jetzt so einen halben Meter weg. Jetzt einen Meter entfernt. Und jetzt zwei Meter. Dann hörst du deutlich, ich spreche immer noch ins Mikrofon. Ich kann das Mikrofon sehen. Aber meine Stimme ist nicht mehr so gut zu hören. Ja, ich hoffe, du konntest das ganz gut nachvollziehen. Ein Thema habe ich aber auch noch, was auch ganz wichtig ist und wie ich von meinen Live-Trainings und Webinaren weiß, auch immer für sehr deutliche Aha-Effekte gesorgt. Und zwar die Auswahl des richtigen Mikrofons. Ich möchte dir jetzt einmal fünf verschiedene Mikrofone vorstellen, sodass du sie mal kennenlernst und anhand des Klanges vergleichen kannst. Die Reihenfolge sage ich jetzt noch nicht. Also in der Reihenfolge, in der du die Aufnahmen hören wirst. Aber wir haben da zum einen ein Lavalier-Mikrofon von der Firma Rode vom sogenannten Filmmaker-Kit. Das ist eine Funkstrecke. Also ein drahtloses Mikrofon, was gerne und häufig bei Videoaufnahmen genutzt wird, aber auch bei Webinaren. Ich benutze das sehr gerne bei Webinaren. Dann haben wir als nächstes ebenfalls von der Firma Rode, das Rode PodMic. Das ist ein sehr weit verbreitetes, relativ günstiges Podcast-Mikrofon, aber trotzdem von der Qualität schon recht gut. Dann das eingebaute Mikrofon der Logitech Webcam C920. Das ist ja auch eine sehr weit verbreitete Webcam und viele nutzen auch nur das internen Mikrofon, also kein externes weiteres Mikrofon. Dann haben wir ein Bluetooth-Telefon-Headset, also ein klassisches Telefonistinnen-Headset, wie man das auch nennt. Sprich auf der einen Seite seine Kopfhörermuschel und an dieser Kopfhörermuschel, da ist so ein Stab dran, wo vorne das Mikrofon drin ist. Und dann noch das eingebaute Mikrofon eines Laptops und zwar meines MacBook Pros von 2015. Alle Aufnahmen, die du jetzt gleich hörst, haben hier im Studio stattgefunden. Das heißt, es ist schon ein bisschen verfälscht im Positiven, weil wir natürlich eine tolle Akustik hier drin haben, wenig Nebengeräusche und auch wenig Raumhall, sodass die Aufnahmen an sich schon recht gut sind, auch bei den deutlichen Klangunterschieden. Ein kleiner Hinweis in der nächsten Podcast-Folge, da gehen wir das Thema Raum an. Das heißt, da werde ich mit verschiedenen Mikrofonen in den verschiedenen Räumen die Aufnahmen machen und da einmal zeigen, wie stark auch der Einfluss des Raumes auf den Klang ist. Gut, wir machen das jetzt so im Blindtest. Das heißt, ich spiele dir jetzt hintereinander die vier Aufnahmen ab, Headset, Webcam, Podcast-Mikrofon, Laptop-Mikrofon und löse danach auf, in welcher Reihenfolge das war, sodass du dir erstmal anhören kannst, wie der Unterschied ist. Das Mikrofon, mit dem ich hier aufnehme, das Tele-M 103, das hast du dir die ganze Zeit schon gehört. Daher weißt du natürlich, dass es die erste Aufnahme jetzt ist, aber danach, wie gesagt, kommen die anderen. So, dann starten wir. Aufnahme Nummer 1. Herzlich willkommen zum Mikrofonvergleich im Webinar-Profi-Podcast. Dies ist eine Testaufnahme, damit du hören kannst, wie unterschiedlich Mikrofone klingen. Viel Spaß beim Zuhören. Aufnahme Nummer 2. Herzlich willkommen zum Mikrofonvergleich im Webinar-Profi-Podcast. Dies ist eine Testaufnahme, damit du hören kannst, wie unterschiedlich Mikrofone klingen. Viel Spaß beim Zuhören. Aufnahme Nummer 3. Herzlich willkommen zum Mikrofonvergleich im Webinar-Profi-Podcast. Dies ist eine Testaufnahme, damit du hören kannst, wie unterschiedlich Mikrofone klingen. Viel Spaß beim Zuhören. Aufnahme Nummer 4. Herzlich willkommen zum Mikrofonvergleich im Webinar-Profi-Podcast. Dies ist eine Testaufnahme, damit du hören kannst, wie unterschiedlich Mikrofone klingen. Viel Spaß beim Zuhören. Aufnahme Nummer 5. Herzlich willkommen zum Mikrofonvergleich im Webinar-Profi-Podcast. Dies ist eine Testaufnahme, damit du hören kannst, wie unterschiedlich Mikrofone klingen. Viel Spaß beim Zuhören. So viel zu den verschiedenen Mikrofonen und jetzt in einem direkt die Auflösung. Ein ganz wichtiger Hinweis noch zu den Mikrofonen. Ich habe bei allen Mikrofonen nichts an der Klangqualität verändert. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist bei allen die Lautstärke angleichen und zwar, dass grundsätzlich die höchsten Lautstärken in den jeweiligen Aufnahmen bei allen gleich sind. Also an den Lautstärken-Schwankungen ist nichts verändert, dass einfach nur kein Lautstärken-Sprung zu hören ist, wenn es von einem Mikrofon zum anderen geht. Ja, und jetzt nochmal das Ganze in einer Reihenfolge hintereinander, aber diesmal sage ich vor jedem Mikrofon, um welches Mikrofon es sich dabei handelt. Logitech Webcam C920. Herzlich willkommen zum Mikrofonvergleich im Webinar-Profi-Podcast. Dies ist eine Testaufnahme, damit du hören kannst, wie unterschiedlich Mikrofone klingen. Viel Spaß beim Zuhören. Rode Podmic. Herzlich willkommen zum Mikrofonvergleich im Webinar-Profi-Podcast. Dies ist eine Testaufnahme, damit du hören kannst, wie unterschiedlich Mikrofone klingen. Viel Spaß beim Zuhören. Internes Laptop-Mikrofon MacBook Pro. Herzlich willkommen zum Mikrofonvergleich im Webinar-Profi-Podcast. Dies ist eine Testaufnahme, damit du hören kannst, wie unterschiedlich Mikrofone klingen. Viel Spaß beim Zuhören. Bluetooth-Headset. Herzlich willkommen zum Mikrofonvergleich im Webinar-Profi-Podcast. Dies ist eine Testaufnahme, damit du hören kannst, wie unterschiedlich Mikrofone klingen. Viel Spaß beim Zuhören. Rode Lavalier-Mikrofon aus dem Filmmaker-Kit. Herzlich willkommen zum Mikrofonvergleich im Webinar-Profi-Podcast. Dies ist eine Testaufnahme, damit du hören kannst, wie unterschiedlich Mikrofone klingen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, die unterschiedlich sind ja sehr deutlich zu hören. Ich denke mal, das kriegst du auch sehr, sehr deutlich mit, gerade zwischen dem Bluetooth-Headset und jetzt beispielsweise hier meinem Studiomikrofon, mit dem ich arbeite, aber auch zum Podcast-Mikrofon, was eigentlich auch schon ziemlich gut klingt. Ja, und ich freue mich, wenn ich dir dann ein bisschen mehr Licht ins Dunkel gebracht habe zu dem Thema, was ist eigentlich eine gute Audioqualität. Und du hast bestimmt auch Rückschlüsse schon gezogen für dich, an welchem Punkt sich eine Investition bei der Technik lohnt. Ganz klar beim Mikrofon. Also dieses Bluetooth-Headset, was ich persönlich absolut furchtbar finde, das ist das grauenhafteste überhaupt. Das nutze ich beim Telefonieren, aber da ist es ein bisschen was anderes, weil sehr häufig auch beim Mobilfunk die Sprachqualität sowieso einfach durchs System schon beschnitten ist. Also wenn man jetzt nicht hundertprozentig LTE-Empfang hat, dann hat man auch keine so hohe Klangbandbreite. Und dann ist das, was ankommt, eh schon so ein bisschen kastriert im Sound. Da fällt jetzt so ein Bluetooth-Headset, also das ist so eins wirklich, wo das Mikrofon so an der Stange an der Seite zum Mund ausgerichtet ist. Da fällt das auch nicht mehr so sehr ins Gewicht. Aber bitte, bitte, bitte nutzt kein solches Bluetooth-Headset. Die unterscheiden sich alle nicht großartig. Nutze sowas bitte nicht für ein Webinar. Es sieht halt auch einfach grauselig aus und klingt gut es noch schlimmer. Ich würde dir empfehlen, für ein Webinar nach Möglichkeit auf ein Podcast-Mikrofon oder auf ein Lavalier-Mikrofon zurückzugreifen. Das Lavalier-Mikrofon klingt nicht ganz so gut wie das Podcast-Mikrofon, aber es schaut natürlich deutlich besser aus, wenn du im Bild zu sehen bist. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Wie gesagt, in der nächsten Folge geht es nochmal um das Thema Ton, dann aber im Zusammenhang mit dem Raum, wie sehr halt der Raum auch einen Einfluss hat und wie du auch bei dir zu Hause oder im Büro etwas dagegen tun kannst, wenn der Raum die Qualität deiner Audioaufnahmen verschlechtert. Wenn dir diese Folge gefallen hat, ja dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen, entweder bei iTunes oder auch auf irgendeiner anderen Plattform. Und wenn du irgendein Thema hast, zu dem du mehr erfahren möchtest, dann kannst du mir gerne auch eine E-Mail schreiben an podcast.webinar-profi.de und dann werde ich schauen, dass ich das Thema, das du dir wünschst, in einer der nächsten Podcast-Folgen dann auch einmal behandeln werde. Dann wünsche ich dir viel Erfolg mit allem, was du machst, was du noch vorhast in diesem Jahr 2022, auf das dir alles gelingen mag und das Jahr besser wird als das letzte. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, denk daran, Präsenz war gestern, online ist heute.